So, ich werde mal gucken ob ich an den Airdrops reinkomme. An den Airdrops? An den Drops. Dann warte ich halt bis das alles fertig ist. Und was läuft denn da jetzt noch? Die Blades sind doch alle schon durch. Ja, stimmt. So viel dürfte da nicht mehr kommen. Ist gut, dann kann ich jetzt anfangen mit dem Generator. Erst gucken, dann meckern. Ja, erst meckern, dann gucken. Genau. Hier wird nicht gemeckert, wir sind keine Ziegen. 2 Minuten 26 Sekunden. Der Generator. Und für die Kettensäge brauchen wir ein Buch auch noch. Ja, wo gibt's denn die Bücher? Wir haben doch jetzt eine ganze Stadt auf den Kopf gestellt und ausgeschüttelt und abgerissen. Ja, vielleicht gibt's die in verschiedenen Städten oder hier im Hotel oder keine Ahnung. Ach du willst mich doch rollen. Den Erdboer könnte ich zusammensetzen, aber dafür haben wir erst jeden Teil. Ja, Orga kann ich auch. Aber Kettensäge und... Hm. Also die Eisenfeuerachs, die kann ich ja einschmelzeln, ne? Ja. Ja, macht er. Ja, drop. Viermal Antibiotika. Wer braucht Antibiotika? Ich. Ich bin immer noch verseucht. Aber wir haben noch Antibiotika hier. Achso, stimmt. Der aber trotzdem mitbringt. Ähm, Leute, ich hab ne neue Stadt gefunden. Nein, wir ziehen nicht um. Nein, aber die könnten wir... Lut, 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 lut. Ja, das könnten wir machen, aber wir ziehen nicht um. Wir ziehen nicht um. Willi, der Hintergrund ist der, der nicht so reagiert habe. Die Jungs wollen ständig umziehen. Nein. Und wer muss das immer ausräumen und machen? Willi? Ich verstehe. Nein. Dann bleiben wir zwei hier. Gut, Ballard, komm, wir machen eine WG auf. Ja. Eine Jung-Altgesellen-Bude. Sieht euch doch, ja. Nein. Würden wir nie tun. Nein. Aber es ist echt mal gut zu wissen. Bei uns Richtung Südosten ist eine Stadt. Und es schaut so aus, als wäre da noch eine Baustelle. Ihr liebt doch Baustellen. Lilli, warst du schon mal in einer Baustelle? Ja. Ja? Macht Spaß, wa? Also, nee, warte mal, wir haben eine gesprengt, sowas. Komisch. Warum macht das nur jeder? Wenn ihr eine Armee-Base findet, also wo so Türme und so weiter sind, dann würde ich die übernehmen. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Wir könnten... Oder ein Knast, ne? Geht auch. Ja. Was wir auch gut übernehmen könnten, wäre neben unserer Basis, da ist so ein Raketensilo. Ui. Jack, bist du draußen? Weit weg? Nein. Wieso? Dann lauf. Dann mach mal ganz schnell die zweite Werkbank. Ich bin gleich fertig. Wir stehen die Schlange. Ich hab Zeit. Ich bin raus, kannst du reingehen. Du möchtest nochmal, ähm, Kleidung haben? Du möchtest nochmal Werkzeug haben? Angel? Ja, ne? Heiß Lied, Leute. Alles ist gut. Nicht wegschmeißen. Explo. Ui. Okay. Komm, jetzt mal raus. Der Ballet schon wieder drin. Ja, ja, ja. Tja. Ist wieder frei. Danke. Jo, bitte. Jo, bitte. So, Dankeschön, Sie dürfen wieder. Na, ich hab noch 20 Sekunden. Äh, 27 Sekunden. So, wo ist das Zeug für die Werkbank? Wo ist denn die raussortiert-habekiste? Im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Stimmt. Denk ich mal. Äh. Äh, Ben. Mensch. Working. Ja, ich überleg' grad und guck' auch grad auf die Map, wo hier noch Wasser sein könnte. Was ist überall? Wasser ist in der Stadt, da gibt's Wassertürme. Ja. Im Schrank habe ich noch leere Gläser, ja. Ich hab noch leere Gläser, ja. So. Pack ich die rein? Essen. Essen. Ja. Sind drin. So, in zwei Minuten gibt's die nächste Werkbank. Mhm. Mhm. Wo soll ich denn den Generator hinstellen? Da, wo wir den Strom brauchen wahrscheinlich. Mhm. Was machst du? Weichen. Was machst du? Macht wer? Ja, rot hat sie gemacht. Ich geh' hier raus. Sorry. Ey. Geht wohl nicht. Ja, die wollen dich ärgern, die Jungs. Nein. Du spritzt hier mit Farbe rum. Das sieht gleich aus, wenn du dich selber nass machst. Mal sie alle an. Das schaut aus, als würde sich jemanden abstechen, so flach. Vor allem mit roter Farbe. Gibt's eigentlich nur rote Farbe? Nein. Das gibt alle Strukturen, alle Muster. Das wär ja langweilig. Würdest du jetzt unsere ganze Bude puffrot malen? Nein, nattenrot, weißt du? Oh, nee. Oh, nee. Weinrot zum Weinen. Kann man das wieder abwaschen? Ja, kann man. Nein. Was hast du denn? Ich bin in die Spikes. Quallen. Nein. Das ist ungünstig. Wollt die Mauer entlang. So, wo packen wir jetzt den Generator hin? Kann man hier die Spouten fliegen? Weg. Wie ist denn das mit dem Generator? Muss der da... Wie lang kann man die Kabel machen? Kann man die verlängern? Etc. Erzähl. Ich weiß das nicht. Melkschlacht. Das müssen wir da rauskriegen. Na dann bau halt... Also hier drin möchte ich den Generator nicht haben. Weil das macht bestimmt Krach oder nicht, oder? Unten? Ne. Machen wir unten. Ja. Unten? Aber wenn da Zombies sind. Ne. Lieber oben. Na dann... Also diese Tür müssen wir ändern. Scheiße. Setzen wir den hier irgendwo hin? Na aber so, dass die Viecher... Hier auf den Tisch? So, dass die Viecher so nicht rankommen? Ich weiß nicht. Ich kann ihn auch an die Wand knallen. Wie groß ist denn der? Ein Kästchen? Ein Kästchen, ja. Auf dem Kühlschrank? Dann kannst du ihn auch gleich oben hinstellen. Ich hab halt Angst, wenn die hier unten sich doch irgendwie mal durchfressen, dann ist der im Arsch. Und dann ganz im Keller, oder was? Aber dann von da aus dann... Wieder Strom hochlegen? ...Kabel zu verpacken, das ist dann ein bisschen schwierig. Also aufs Dach. Gucken wir mal aufs Dach. Gucken wir mal aufs Dach. Gucken wir mal aufs Dach. Aufs Dach. Also ich bin jetzt hier am beschissensten Platz wahrscheinlich, den es gibt. Wieso? Also... Ihr habt doch um die Mauer beim Garten Spikes gebaut, ja? Mhm. Und da ist... Na danke! ...ein Park drin. Aber egal von welcher Seite, da sind überall Spikes. Ich glaube, ich muss da welche kaputt machen, um hier rauszukommen. Ach, bist du zwischen den... äh... äh... hinter der Mauer? Zwischen... zwischen den... Zwischen den... Ja, genau. Jaaaa... da musst du... Ah, da ist sie! Hast du... hast du Frames? Frames? Ah, genau. Hochbauen. Wie kommst du da hoch? Wo? Ja, wie bist du jetzt aufs Dach gekommen? Ich bin nicht auf dem Dach. Ich bin draußen auf der Mauer. Ich bin draußen auf der Mauer. Achso, draußen. Ja, und dann gehen wir einfach aufs Dach. Setz... Ja, genau. Und jetzt auf den Spikes an der Mauer einsetzen. So, wenn wir das jetzt nämlich so machen, dann gehen wir hier hoch, dann hier hoch. Und dann sind wir auf dem Dach. Muss ich hinhocken, dann kriegst du alle weg. Hier oben auf dem Kamin! Ha! Hahahaha! 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 Soll ich echt? Na ja, das ist der höch... Warten wir, da setzen wir noch einen Frame drauf. Was? Noch einen? Dann ist das der höchste Punkt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Kabel auch eins sind. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Ne. Ach, wir probieren's. Dann ist das der höchste Punkt. Ja, und der Generator da oben, der muss ja betankt werden und ich komm da ja gar nicht hoch. Also, merke, nie wieder auf die Mauer. Genau. Naja, doch. Ich setz ihn jetzt einfach da hin. Naja, du springst in die Dings rein. Aha. Und das ist die Generatorbank? Das ist die Generatorbank. Und die braucht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Motoren. Wenn du reinguckst. Muss! Sechs Motoren, so viel. Die müssen da drin sein. Oder reicht auch einer? Ja, wollte nicht. Da läuft einer auch, aber ich denke mal... Ich verstehe das so, je mehr du da rein brauchst, umso mehr Leistung produziert das Ding halt. Ja, umso mehr Sachen du draußen hast. Also ich denke mal, ein Motor reicht erstmal, um das Ding zu haben. Jetzt reicht einer Level 1, um zu gucken. Ja. Ach so. Und dann? Was hab ich hier noch gebaut? Dann musst du mal gucken. Kabel, Strommasten. Ja, wir brauchen noch so eine komische Zange dafür, ne? Ja. Ist in Angels Kiste. Es ist 16.15 Uhr. 16.15 Uhr. Nee, ich meine die Aufnehmzeit. Zehn Minuten. Okay. Wieso? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir schon eine Stunde aufnehmen und nicht... Ja, weil wir nicht zurechtkommen hier. Ja, so ungefähr. Ja. Ja, wir haben halt schon länger nicht mehr Hallo und Tschüss gesagt. Aber ja. Ja. Du bist nicht lieb? Nein. Ja. Vielleicht. Manchmal. Immer. Doch. Ja. Hier ist noch eine Werkbank. So, mach damit was du wollt. So. Und hört auf mir die Ohren voll zu heulen. Hab die Pistole gewonnen. Wird schön im Hintergrund. In Rot. Ja. Wunderschön. Also, ihr nehmen jetzt so eine Feuerachst und die Machete, okay? Ja. Alles deins. Ja. Dankeschön, prima. Aber da... Pack die eiserne Feuerachst dafür wieder rein. Können wir einschmelzen. So, wo machen wir die Garage hin, Jungs? Mach ich beim Essen rein. Ja, ich hatte gedacht, unten irgendwie. Ja, eine Tiefgarage. Unterm Haus, sozusagen. Zum Reinfahren. Also, da wo wir eingefahren, äh, reingehen können, dass wir da dann auch irgendwo etwas weiter nach hinten so eine Einfahrt machen. Keine Ahnung. Ist noch weiter in den Berg rein, oder was? Ne, weiter raus. Dass man gerade reinfahren kann. Also, hier komme ich jetzt raus aus der Base, oder? Ich weiß nicht, das geht glaube ich nicht mehr mit dem Streben, dass man da durchfahren kann. Das haben sie geändert. Äh, war das? Wo hänge ich denn gerade drin? Ja. Wo bist du denn? Ich wollte durch die Tür. Ach, diese Tür. Ah, jetzt. Das ist bei mir auch passiert. Also, du kannst, Lilly? Ja. Hier, Ränder. So gehe ich immer raus, wenn es schnell gehen muss. Ja, wenn du gut nicht in die Spikes bringst. Auf dem Pfosten da, wo die Fackeln drauf sind und dann bist du draußen. Okay. Das tue ich jetzt nicht. Nein, ich will da nicht mehr rein. So. Dann hole ich mir mein Schweifelchen und buddel mal so wie ich denke. Mhm. 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 Tu das. Aber erst werde ich mal fünf Kilometer weiter weg Pflanz... äh Bäumchen pflanzen. So. Jetzt laufen grad 450 Stahlbolzen durch. Mhm. 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 Was lacht ihr? Ich möchte auch lachen. Mhm. 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 Oh. Sag mal, hatten wir nicht schon mal so ne Zange? Mhm. Mhm. Die hat sich Angel gekrallt. Guck mal in Angels Kiste. Was denn für ne Zange? Nein, Elektro... Nein, Elektro... Ja, jetzt kann ich überhaupt nichts mit anfangen kannst. Aber Angel hat sie. Nee, ihr müsst aber nicht immer alles haben. Lass mich doch mal weiter. Lass mich doch mal weiter. Lass mich doch mal weiter. Jetzt räumen wir erst mal die Kiste da aus von Angel, oder? Hab ich jetzt gemacht. Hey! So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das braucht sie nicht mehr. Scrap, Scrap. Das kann weg. Nein, ich hab mir dieses Wiretool Zange, hab ich mir da rausgenommen. Doch, jetzt brauch ich eigentlich noch nen Motor. Haben wir noch nen alten Motor hier rumhängen? Im Küche? Nee. Ich musste mal in die Kiste über die Werkbahn gucken. Da könnte... Da ist kein Motor drin. Nein. Dann haben wir keinen mehr. Aha. Wir haben hier dann keinen Motor. Was? Nee, ist auch keiner drin. In der Angels Kiste? Nein. Nein. Da hat sie nur unsere ganzen 9mm Kugeln drin. Alle? 200? Noch was Schuss? Ist du aus meiner Kiste raus? Das ist Walla, der neben dir steht. Nee, ich suche nen Motor. Ich hab gedacht, vielleicht ist er irgendwie... Walla, ich hab die Idee. Hä? Wir fahren mal rüber in die neue Stadt. Mann, ich hasse die Tür. Ja, dann mach ich aber erstmal hier. Also da müssen wir echt was tun. Da bin ich auch schon so oft drin hängen geblieben in der Tür. Ja. Warte mal, ich tu mal was dagegen. Welche? Hier, diese Tür hier. Da... Nach draußen. So. Irgendwas stimmt da nicht. Getooted. Meinst du, das war's? Ja. Also du bist aber dann ziemlich links an der Tür hängen geblieben. Nein, das war's nicht. Jetzt bist du oben. Ja. Ist es die Tür selber? Keine Ahnung. Ist die Tür wahrscheinlich selber. Oder hier links, äh... Wow. Was? Ah, hier kommt die Gegend. Was? Hier ist... Hier ist auch irgendwie so eine... Versuch nochmal. Mit riesen Silos und so weiter. Das ist das Raketen-Silo, was ich meinte. Ja. Da drin ist man eigentlich auch ziemlich sicher. Ja. Alles mit Stacheldraht hier. Also hier ist man auch sicher, wenn man die Tür zumacht. Ja. Da hängst du in der Decke. Ja. Danke. Echt blöd. So was von blöd. Du musst halt einfach nur die Tür zumachen, wenn du durchgelaufen bist und nicht dazwischen. Ja. So, jetzt... Äh... Hör mal. So. Also. Wie schaut's denn aus? Essen weg. Probieren wir das Ding schon wieder her. Äh... Ähm... 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 Da. So. Gut. Dann sagen wir doch erstmal wieder auf Wiedersehen. War Angel? Tschüss. 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 Macht's gut. óniemma Åsch. Oh ja! Oh ja!